Noah, du hast da was. Moin Leute, wir sind es wieder. Ich bin heute wieder mit Noah unterwegs. Wir sind wieder in dem Wald, wo wir das letzte Mal die Sprünge gebaut haben. Hier hat sich noch einiges getan. Also der Sprung ist noch mal einiges größer geworden. Hier mal der Vergleich. Und ja, ich würde sagen, legen wir einfach los. Gut, dann Noah springt jetzt mal. Und zwar genau jetzt. Let's go. Alter. Noah hat hier die ganze Landung gerade in Po gesprungen. Da ist eine komplette Spur drin. Die Landung ist eindeutig zu trocken. Da müssen wir noch was ändern. Noah holt gerade unsere Schaufeln. Noah, der Feuerkäfer-Sammler. Moin. Ja, wir haben das jetzt wieder ein bisschen festgemacht. Haben das ein bisschen ausgeglichen. Und ja, wir springen jetzt einfach nochmal. Wie es springt. So Leute, also ich habe mir jetzt ein Brustgott angelegt. So Leute, wir fahren jetzt zum nächsten Spot und dort melden wir uns dann wieder. Go. Gut. Und jetzt runter. Und jetzt runter. Scheiße. Voll in den Busch gefahren. Oh Gott. Okay, bis gleich Leute. So Leute, let's go. Wir fahren jetzt ein paar Treppen. Und jetzt runter. So. Leute, wir sind jetzt an den nächsten Treppen. Okay, weiter geht's. Drei, zwei, eins, go! Alter, der Flagbomb, der die mal aufschillt. So, Noah muss erst mal hoch. Ja, der hat übrigens im nächsten Video hat er ein neues Fahrrad, also freut euch da schon mal drauf. So, wir tauschen jetzt mal. Jetzt fahre ich mal und Noah filmt mich. Let's go! Los! So, Leute, wir sind jetzt an einem neuen Spot, da Noah fährt jetzt direkt mal. So, Leute, second first drive. So, Leute, ab zum letzten Spot. So, Leute, wir sind jetzt schon am letzten Spot und wir machen jetzt hier noch ein paar kleine Lions, mal gucken, was wir machen. So, Leute. ah scheiße ne ich mach die ganze zeit eher normales den nimmer oder ja gut dann du bist dran ja so leider das war es jetzt weil ich bin gleich tot so leute das war es jetzt mit dem video wir hoffen es hat euch gefallen wenn ja dann lasst gerne ein like und ein abo da und aktiviert die glocke um weitere solche videos nicht zu verpassen und ja bis zum nächsten mal Ciao 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 Ciao